Das war mir klar, das war eine andere Welt, die es eben, das hatten wir eben in Tübingen nicht. In Tübingen hatten wir aber eine Imbissbude, die war jahrelang ganz schlecht besucht, weil natürlich in Tübingen alle ordentlichen Menschen drei Mahlzeiten am Tag am heimischen Esstisch zu sich nahmen, sodass an dieser Imbissbude im Grunde nur die, wie man damals sagte, Asozialen und Alkoholiker stand. I close my eyes and count to ten, and when I open them you're still here. I close my eyes and count again, I can't believe it, but you're still here. I close my eyes and count to ten, I can't believe it, but you're still here. I close my eyes and count again, I can't believe it, but you're still here. I close my eyes and count again, I can't believe it. I close my eyes and count again, but you're still here. Vielen Dank.